Willkommen zurück, gleich in der Arena, zu einer neuen Runde Minecraft Masterbilder. Diesmal aus meiner Sicht, weil Arnold groß geschummelt hat mit seiner Olive und hat alle bestochen. Rakete. Deswegen Rakete, ja, Rückrunde. Fabian ist immer mit dabei. Rote Rakete, rote Rakete. Ja, hallo. Hallo. Fabian. Guten Tag, hallo. Na? Was haben wir jetzt? Alles gut? Nein. Wieso nicht? Weil ich jetzt eine rote Rakete baue. Eine rote Rakete? Ja. Keine gute Idee. Sind wir ein bisschen konzentrated? Ja, ich bin konzentrated. Ich hab nicht mal einen Block ausgewählt. Ich nehm ja nicht mehr auf, deswegen... Nehmen wir das. Nein, das geht nicht. Weg damit. Weg. Ich brauch anderes Zeug. Hallo? Weil das so ein Stress ist. Ja, genau, sowas brauch ich. Ähm... Das kannst du auch nicht machen, Alter. Da kann man sich richtig übel verbauen. Ja, ich bin schon dabei. Ja, ich auch, ey. Ich hab noch nie mal angefangen. Ja, ich hab angefangen, aber... So, und wir machen jetzt weiter. Ich hab ne Idee, auf jeden Fall schon mal. Das ist nicht schlecht. Ideen sind immer gut. Aber es ist so wenig Zeit. Oh, nö. Ja, und auch schon... Schon falsch gebaut. Ich seh's grad. Scheiße. Scheiße. Komm. So. Nein, das ist zu groß, Alter. Das kannst du nicht bauen. Dann kommt da, da kommt... Nein, du gehst nicht. Du gehst auch nicht. Äh, was bist du? Nein, das geht nicht. Du gehst. Ja, Rakete. So. Und. Zack. Zack. Oh, shit. Drei Minuten nur noch. Oh, je. Nice. Ich hab noch nie mal richtig angefangen. Geil. Ich werd gestern angeschrieben von irgendwem. Schön. Schießt du wieder Querfeuer, Fabian? Bitte? Schreibst du die ganze Zeit an und an, damit er abgelenkt wird? Maschum, 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 maschum. Ich hab schon verstanden. Boah, das ist echt, das ist echt, äh, ne? So ne... Wow. Okay. Okay, okay. Ähm, weiter geht's. Ach, das geht natürlich nicht. Gut, dann anders. Gott, wie mach ich das? Gott, ey. Ähm. Zwei Minuten, verarsch mich nicht. Kann ich's doch wieder wegmachen? Ah, man kann's gar nicht mehr wegmachen! Da ist er. Ich hab zu viele, zu viele Dinger gespawnt. Ja, aber ist das okay? Ist das okay? Ist das okay? Ist das okay? Das, das, äh, ist okay. Muss ich jetzt damit leben? Okay, komm, bauen wir weiter. Ne, das ist doof. Das ist doof. Ganz sag alles Blödes, das. Und das kommt auch wieder weg. So, was haben wir noch? Eine Minute... Eine Minute? Das ist ja richtig scheiße. Shit, was kann ich da benutzen? Ah, ja, das fehlt noch, jetzt. Ähm. Das sieht wahrscheinlich gleich total blöd wieder aus. Wo sind sie denn? Oh, nö. Nein. Eine Minute fehlt noch. Äh, geht's noch? Pat, wo bist du? Ja. Man kann nicht ein Boot bauen? Nein, in den Boden rein kannst du nicht bauen. Wenn wir mal einer sagen können. Fuck, 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 fuck. Wo ist sowas? Ich fluch viel zu viel. Hä, da gibt's ja gar nichts Passendes. Ähm. Ihr wart, fragt euch jetzt wahrscheinlich, was ich brauche. Egal. Wo ist, wo ist, äh, habt ihr irgendwo, wo ist Lava? Ähm, bei den Eimern. Fuck, alter. Du musstest dann den Eimer ausleeren? Ja. Shit, das reicht nicht. Jetzt wisst ihr, was meins ist, verdammt, wenn ich Lava benutzt habe. Jeder wird Lava benutzen. Okay. Ich hoffe mal, einigermaßen. Fuck, das wird nix, ja. Scheiße, Mann. Das ist scheiße. Ich glaube, unten sah es ganz gut aus, so an sich, aber... Okay, das sieht aus wie ein komischer Penis, ja. Das sieht aus wie eine Silvester-Rakete. Ja, aber das ist... Aber eine Rakete ist eine Rakete, weiß ich wie man? Aha. Ja. Ich sag, ist das okay. Ja, du hast recht, dass das eigentlich passt, Fabian. Aber es sieht aus, als hättest du da oben ein Kondom drüber gezogen, aber noch nicht ganz. Ja, ohne Witz. Vielleicht ist es... Ja, okay. Das sieht aus wie ein Zauberer-Turm. Das soll unten ein Flamm sein, das Glas. Ich meine, das ist ja ganz so schlecht. Ja, das... Ich glaube auch. Das sieht... Da wohnt Gandalf drin. Ja. Der weiße Zauberer? Ja. Und der macht gerade Suppe. Deswegen ist unten Feuer an. Oh. Sieht ähnlich aus wie mein, ne? Ja. Sieht ein bisschen aus wie deins. Ja. Gut, die Lava ist halt gut angebracht hier, muss man schon sagen. Ich muss hier sagen, meh. Ja, warum, he? Die Tür ist cool. Also für mich ist es okay. Für mich ist es okay. Aha. Oh, sorry. Wieso noch mehr, Arnold? Ja, weiß ich. Was ist denn da? Sogar mit... Deutschland. Ne Deutschlandspitze? Echt? Das wird das mal... Das sieht nicht aus wie eine Rakete. Nee. Aber das ist da unten. Die Effekte sind nicht schlecht, aber... Unten ist mega geil. Unten ist geil, aber oben ist nicht so. Das sieht nicht... Nee. Hm. Ach. Tut mir leid. Gut, der hat aber auch unten Düsen gehabt. Ja. Das war nicht schlecht. Wow. Was soll das denn da sein? Da. Ganz einfach. Da kommt der Käse unten raus. Alter. Wurde der Mann rausgeschmissen? Nein, ganz ehrlich. My eyes are bleeding. Tut mir leid. Immer eyes are bleeding, ja. Das ist doch keine Rakete. Absolut. Und? Ach. Explosion. Oh je. Oh, die sieht schon richtig gut aus. Feuer und so. Die kriegt von mir ein Gut. Da steht sogar jemand drin. Nicht gut. Der Astronaut, Alter. Ja, der Astronaut. Geil. Schon, aber echt. Danke. Nicht schlecht. Weißt du, du bist immer so kritisch. Gibt es allen richtig schlechte Punkte? Don und dir selber, ja? Ich kann mir selber keine Punkte geben. Fabi hat gewonnen. Boom. Ich habe 114. Nice. 99. Was ist das? Fabi, guck mal. Hat man einmal bewertet. Bitteschön. Gefinde gleich. Ja, jetzt müssen wir kurz auf Spieler warten. Das heißt, ihr seht uns dann gleich wieder nach einem kurzen Cut, wenn die Spieler wieder da sind. Jo. Da sind sie doch, glaube ich. Es geht in einer Minute los. Naja, wir warten dann gerade einfach, bis es schneidet dann. Wenn ich zusammen schnippelt, ist auch nicht schlecht. Ja. Wusste ich eigentlich immer, wie gut ich bin oder wo mein Schnitt ist? Das ist nur eine Runde. Ich schreibe das immer auf. Ich hasse euch. Das kommt wieder in die Aufnahme. So, willkommen zurück. Wir sind wieder vollzählig. Yeah. Drei Sekunden, dann geht's los. Mal schauen. Fabian hat mit seinem komischen... Zeig uns mal das schöne Thema. Ja. Ein richtig schönes Thema. Und? Oh, Geist. Ein Geist. Ein Geist. Oh. Ektoplasma, was? Ektoplasma? Du hast recht. Boah, wie baue ich denn jetzt einen Geist? Ganz ehrlich. Ach, das überfordert mich doch immer. Ich habe ja auch überhaupt keine Ahnung. Ich auch nicht. Ähm. Ähm, erstmal mal kurz hier. Ähm, puh. Ähm, puh. Ja, nice, ne? So läuft das halt. So läuft das. Ah! Ich baue gerade ab, anstatt auf. Dann machen wir noch das hier. Gut, und ich baue. Das ist eine gute Voraussetzung. Gut, ich baue. Gut, dass du baust. Ja, ich baue jetzt einfach irgendwie und... Ich hoffe, dass es nachher... Ja, okay. Ah, oh, oh, das könnte was werden. Genial. Wow. Richtig gut. Wow. Genial ist das, was sagst du? Nicht schlecht, ey. Hammer. Ja, ja. Das ist sogar in Ordnung. Mal gucken, ob die Proportionen stimmen. Ja, okay. So, und das machen wir einfach hier. Machst mir, machst so ein Geist. Weißt du wie man... Okay, ähm... Fangen wir mal damit an. Oh je, das wird wieder was. Ich sag's euch. Ich hab keine Ahnung, wie ich einen Geist bauen soll. Drei Minuten bleiben noch. Ich seh mir ein bisschen voll die geilen, kreativen Sachen. Ja, das ist schlimm, wenn du in der Gruppe bist, die richtig kreativ bist und dann baust du irgendwie so ein Blödsinn. Ja. Ja. Oh ja, absolut, ey. Was mach ich da bitte? Kann mir das einer mal sagen, was das grad ist, hier? Ach, shit. Der kennt grad gar nichts, ey. Gott, wie mach ich das denn jetzt? Äh. Ich will zwei Minuten noch. Ich hab nix geschissen. Ich weiß nicht, was ich da baue. Boah, du bist so ein Scheiß. Alles mach ich nachher. So vernichtet man schön die Zeit. Ja. So vernichtet man schön die Zeit, aber echt. Wir haben zu viel Freizeit und nichts zu tun. Spielen sie Master Builder. Und der Tag vergehen wie im Flug. Ja, die fünf Minuten vergehen wie im Flug, das stimmt. Du, darf ich nur, äh, im fliegenden Modus bauen, oder baut der auch mal... Ja, also ich, manchmal landet man auch aus der See, aber... Scheiße. Ja, gut, kann man lassen. So, das brauche ich noch. Ja, das brauche ich noch. Das ist vielleicht besser. Oh, das ist besser. Oh, kann ich nicht dran setzen? Alles klar, passt nicht. Okay. Ähm. Okay. Bisschen davon, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, ein bisschen hiervon. Ja. Bisschen davon, bisschen davon, machen wir noch das hier weg. Zack. Und schon fliegt er. Was, er fliegt? Ja, natürlich, kein Geister fliegen. Ähm. So wie Kasper. Das mach ich jetzt noch. Aber es interessiert euch alles nicht. Noch fünf Sekunden, wir bauen noch ein bisschen hier die Gegend aus. Schön auf dunkel gesetzt, Regen reingesetzt. Okay. Wunderbar! Kommen wir mal. Ähm. Was ist das denn? Das ist ein Gesicht, das sind Augen, guckst du da mal an. Wo denn? Ja, da sind zwei schwarzen Punkte drin in deinem Mund, das soll so verschleiert sein, wie ein Geist. Ja. Ah ja. Ja, aber... Sorry, also ich finde es nicht schlecht. Sieht einfach aus wie kaputter Schneeband, du. Ihr werdet es schon sehen, ihr werdet es schon sehen. Was ist das? Ja, oder? Ja, ich sag dir, was das ist. Meine Augen bluten. Das ist auch nicht... Ja, besser aber als das davor. Aber es ist auch irgendwie doof. Besser als das davor? Ja, auf jeden Fall. Ja, so sieht es nämlich aus. Besser als das davor. Oh. Oh, das ist nicht recht. Also es ist leider nicht ganz hellig geworden, aber so dieses grün-glühende, aber es... Hey, wake up. Ist nicht schlecht. Ja. Ist nicht schlecht. Oh, da stupft mich gerade jemand an. Hallo, wir haben mich auch gerade in der Aufnahme anstupst. Da steht ja auch nur Aufnahme. Vielen Dank. Der Dorftrottel. Der war's wahrscheinlich. Das ist nicht. Was ist das, Kasper? Das ist auch ein Schneemannsunde. Alter, es ist... Protect mich, man. Von Ghostbusters, das ist ein Michelinmännchen. Nein, da blutet was. Ich sag mal. Ja, bluten würde ich jetzt nicht sagen. Das ist ein bisschen zu hart, finde ich. Nein, das ist kein Geist. Das kannst du nicht lassen, Kär, sagst du? Oh. Alter, das ist doch dieser Microsoft-Geist. Genau, dieses Ding. Ja, ja. Oh, cool. Das gibt mir ein Gut. Das gibt ein Gut, ja? Also echt gut. Neta, Boden, Lava. Ja, schon, schon, schon. Frozen Guy, Rico. Ja. Ja, Frozen Guy. Nicht schlecht. Das sieht für mich aus wie ein Geist. Nein. Ja. Von vorne nicht. Von vorne nicht? Jawohl. Ein bisschen... Ist okay, ist okay. Ein bisschen schlicht, aber... Aber das ist auf jeden Fall von der Form her der beste Geist bis jetzt. Ja. Würde ich auch mal sagen. Also das ist der Perfektgeist. Doch, doch, doch. Immer noch nicht. Von vorne nicht. Was hat das von vorne für ein Problem? Ist der von vorne ein Geist? Ist der aus wie ein Zyklop? Das ist aber auch so ein Minecraft-Geist, glaube ich. Ja, aber... Das ist meh. Das ist eine Spinne. Das ist okay. Mäh, meh, meh. Weihnachts 2.04. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ich kann gar nichts sagen. Ja, aber die Augen... Guck mal die Augen an. Die sind richtig gut gemacht. Aber von Wumpf... Ja, aber das... Es ist ja ein Geist. Verstehst du das? Ja, das ist okay. Das ist okay. Der hat so eine Dings noch. Hinten so eine... Oh, nee. So, der mitschleppt. Nicht so wirklich. Man sollte aber ein bisschen mehr Zeit zum Bewerten haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das dauert einen zu lang. Der hatte... Ja, das ist geistig. Der kriegt mir den gut. Gut, ja. Der kriegt den okay. Der hat es ähnlich wie meiner, die Idee. Aber meiner war nicht gut. Aber meiner war nicht gut. Ja. Oh! Was denn? Das ist ein gutes Stück, oder? Ja. Guck mal. Der hat ein bisschen... Ah, okay, doch. Nein, mir gefällt das. Ich finde das schwer in Ordnung. Ja, ist okay. Doch. Danke. Gut, Arnold. Also, ich bin halt auch mal... Ich gebe auch mal gute Punkte, wie ich so... Oh, von vorne. Total blöd. Ich habe dir ein Amazing dafür gegeben. Ja. Vielen Dank. Mach's zurecht, gewonnen. Ja, gewonnen. Ja. Gut, dann seht ihr in der nächsten Folge auch wieder meine Perspektive. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Jawohl. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.